guten tag meine damen und herren und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge von craft attack 9 nein natürlich nicht project survival zusammen mit dem skystorm 23 hallo so innerhalb der letzten folge haben wir das unmögliche geschafft haben wir das anderthalb stunden versucht diesen voll idioten hier zu verhandeln und endlich haben wir villager mit silk touch und mending in unserer base das ist ja toll das ist ja toll nicht wahr und ich habe dem guten voilex in der letzten folge geholfen den raid zu beseitigen und einen der beiden villager anzuschaffen in der vorletzten folge alles war uns das genau dann habe ich meinen eiersee ein bisschen vertieft und zu einer kompletten wasser source gemacht und generell ein bisschen verschönert dann war ich angeln und was habe ich sonst noch gemacht eigentlich nicht sehr produktive sachen aber naja ich hoffe mal mein voice audio ist jetzt ein bisschen besser da ich mein mikrofon etwas näher an meine fresse gestellt habe habe ich eigentlich eine schere ja habe ich tatsächlich muss gerade mal was ausprobieren denn ich habe ja noch erwähnt dass ob es für dich okay ist wenn wir diese diese global war ein bei den zwei villager und hinten unten stutzen dass sie nicht bis ganz auf dem boden hängen ja das ist ja möglich kannst du mit einer schere so bearbeiten dass du nicht mehr weiter auf den boden runter hängt ja das geht ich weiß es nicht wie was ist wenn ich das ist wenn ich jetzt den hier mache und dann einfach einmal rechts klicke genau das ende daran mit der schere einfach rechts klicken und dann sollte die ranke einfach bei der länge bleiben diese aktuell hat dann dürfte sie glaube ich nicht mehr runter wachsen ich meine es ist ja auch gerade ein toller scheren sound gekommen das dürfte gereicht haben theoretisch hier drin könnte man dasselbe machen glaube ich einfach mal so ich weiß gar nicht ob das bei normalen weins auch funktioniert könnte man aber mal ausprobieren hast du das loch hier durchgegraben schon ne ja das ist meins genau das wird dann noch ein schöner durchgang zur anderen seite hier auf der corpist und wortel das ist by the way ja da habe ich mich wohl bei den villagern rausgegaben genau da darf ich mal kurz eben was ausprobieren bei seinen ranken hier drin wenn man zu dumm ist koordinaten zu lesen du hast hier ja strings als platzhalter benutzt quasi dass das nicht weiter runter geht was kann man das eigentlich auch bei normalen weins scheint es anscheinend nicht zu gehen geht nur bei globalen weins und die hier bleiben in dieser länger hier weil ich finde das sehr schön und was denn hier finde ich das auch das kann glaube ich eigentlich auch alles kann noch weiter runter glaube ich ja das bleibt alles so wie es ist okay und das wird sich hier nichts daran ändern egal ob ich hier bin und nicht oder genau okay gut dann wäre das geklärt dass du boden gewinnst ja ich bin ja schon weg ist und ich werde jetzt erst mal oh gott ein paar monster schlachten oh ja und wir haben jetzt hier endlich das in den luchten lang erwarte legendäre silker spuk auch scheiße und da geht der eiersee flöten das war so klar dass das passieren musste und es war so klar dass das passieren musste ich lege die abwicklung die neue in den enchanter ich würde einen instant silk touch bekommen aber für 30 level level 30 ja das können wir uns eigentlich mal holen ey creep komm mal her brauche ich nur die hilfe vom skelly wenn sich der skelly den gut anstellt ich glaube aber wir verbrauchen zuerst mal das scharpe eisenschwert bevor wir das natürlich fliegt der creeper in die luft also klar dass das passieren musste folgen jetzt schon wieder unproduktiv erst hell los ja natürlich muss ja aber zum glück habe ich ja noch eine menge dort im keller rumliegen kann ich diese lefer gleich erstmal schnell flicken gehen ich bin etwas in der übung in minecraft ich merke schon ich habe die steuerung nicht mehr so hundertprozentig drauf du weißt du nicht warum das wird wenn man einfach die letzte zeit einfach fast nur gta spielt genau du sagst es du bist mir übrigens noch eine eisenachse schuldig ah ja genau das alte schwer ist kaputt aber ist mir egal war nur schon eins auf eisen jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen dried cap jetzt kann ja alles aufgemacht werden das sollte erstmal reichen wobei dried cap ziemlich schnell aufgegessen ist und fürs erste reicht das erstmal das kommt noch hier zu sagt hey da versuche ich mal mein glück mit den skeletten und creepern genau so wie machen wir das am intelligentesten würde den külp hat man das schwächen das habe ich schon lange das habe ich schon lange triggern das kann das und dann weißte ja ich werde da meinen trick machen ich werde da ein bisschen restaurant verwenden für sowas einfach eine menge creeper in dem loch trappen und das gesetz und dann einfach dd oder zu sorgen ok funktioniert das wo ich habe ich kriege ich meine chance zum spiel ich krieg noch mal eine chance ihren wohl oder auch nicht weil ich zum scheißen bin genau blödes arsch gesicht das anders man das anders hier oben war nämlich auf meinem körper natürlich fliegt dieser kleine homo sapiens auch in die luft macht man das fängt schon wieder gut an hier ok heute ist definitiv nicht schallplattentag ich wollte heute nämlich ohnehin den keller erweitern glaube ich aber zuerst werden erst mal diese ganzen creeper gepflegt das werde ich mal kurz eben rausschneiden denn das ist sowas von uninteressant also sehen wir uns sehr wahrscheinlich gleich in meinem keller wieder das ist eben mal schnell in der menge klatscht und dann das block bekommt toll so da lag creeper noch geflickt in der menge klatscht das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein und jetzt welche richtung erweitern wird in unserem keller das ist die frage alle fragen nicht irgendwie dumm oder droppen skelette keine xp mehr sollten eigentlich theoretisch die letzten zwei skelette haben gar keine xp gerott sind aber der dort ist wieder ok anyways fällt mir noch immer ein level dann kann ich offiziell das erste teil auf level 30 entschaden so ja einige meckern jetzt sicher still und leise macht doch die diarüstung zuerst nein mache ich nicht jetzt frage ich mich soll ich soll ich eine art wendeltreppe ins zweite kellergeschoss machen oder einfach per leiter oder einen simplen wasserfall als aufzug und abzug wendeltreppe wäre sicher sehr cool denkst du ja eine frei im raum stehende halt beziehungsweise rundum frei oder ringsrum eine wand unter der mitte doch einfach ist schwierig in minecraft also weder richtig gekurvd richtig richtig gekurvd da habe ich keinen 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 nicht wirklich viel platz ansonsten habe ich das halt immer entweder per leiter gemacht oder per wasserfall der aus der decke nach unten geht und hochschwimmen kannst du runter naja wird ja eigentlich auch ganz stark ganz rasch hier oder da ich glaube fast ich mache das hier in dieser wand das ding ist halt wenn ich eine wendeltreppe mache dann habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich lustig die ganze zeit im halbkreis hoch und runter zu laufen mich immer drehen zu müssen ja ich finde die wendeltreppen in minecraft sehr cool es wird schon schwer zu bauen ja aber es wird halt ja ne die was ich baue die ist einfach zu bauen aber es ist wie gesagt nur eine kleine auf ein 3x3 fällt kein großes ding aber jetzt damit design dran ja du rumschwierigkeitsgrad ich glaube ich mache das einfach so wie die anderen paar male oh alter sind die kühe alter es ist nicht mehr normal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn da waren siebzehn kühe vorhin jo alles klar und drei äppel kühe oder keine ahnung ok aber das sind meine restlichen ja ein viertel level brauch ich noch da kann ich gerade das feuerschwert nehmen das kann ich gleich mal bisschen essen auch noch mitnehmen so habe ich eigentlich leid nein habe ich nicht das ist eigentlich kein problem denn ich weiß schon wie ich das anstellen werde jo das sind ja noch mehr ja das sind ja locker 25 kühe ok wenn ihr läuft ja ich könnte euch eigentlich auch alle mitnehmen aber so viel platz habe ich in meinem kuhstall nicht ohja weil die alle darüber zu bekommen ist ne schweine arbeit das glaube ich und nach der einen folge möchte ich mir nicht nochmal so ne drecks arbeit zu tun ohja verständlich das ist ähm so äh hier jetzt rein und das als Decke verwenden oder noch eins runter dann hätten wir einen vier Block hohen Raum ihr habt ja nicht alles der erste Keller oben der ist drei Blöcke hoch man hat ja nicht alles vom Villager wenn du zwei Kellergeschosse machen würdest würdest du dann beide gleich hoch machen oder ich würde gleich hoch machen oder einen Block höher ja wie du willst mir egal so wir haben jetzt hier Level 30 erreicht und dann werden wir die Silke Spicker entchanten ich glaube das machen wir auch gleich hoch ich hoffe dass da Effizienz 4 dabei ist mindestens Effizienz 3 macht es auch aber und Unbreaking wär schön ich hoffe ich hab da Glück ansonsten haben wir ein kleines Problem vermutlich gut jetzt haben wir dann hier jetzt 1,3,4,5,6,7 in der Schule Würtker geschrieben wenn die Schule Ölke nach bisschen ihrer Pitchpatch macht genau und auch so viel 2 gehen wir noch weiter oh hallo Kupfer und bitte Glück bitte viel Glück Unbreaking 3 Silke Dutch ja ist doch nicht so schlecht nicht wa hast du mir eigentlich schon so gut oder wie ja ok irgendwo habe ich hier noch hey da ist ein Channeling Buch das muss eigentlich ja und zur Hölle ist mein Koordinator hier 1,2,3,4 habe ich eigentlich so eins nein ich habe immer noch kein Koordinator Buch nein sag jetzt nicht das wurde ah nee da ist es oh mein Gott das wurde die nein weil vorletzte Folge ein Creeper neben meiner Pisten hochgegangen ist ich glaube ich habe Pläne für diesen Raum never mind das habe ich das habe ich sehr wohl jetzt muss ich nur noch Gott sei Dank ist hier noch alles gut okay kann ich nichts aber von hier aus könnte es möglich sein und das ist es auch zack gut der Wasser auch so ist da der Funbel ist saniert kommt der scheiße hier frei das ist flink und schnell ganz einfach ich behaupte einfach mal es geht schneller als Treppen laufen ganz easy früher oder später kommt da oben dann noch ein Lichtquellenblock rein was für einer weiß ich noch nicht und da unten dann auch und der Keller ja habe ich dann einiges vor damit ungefähr eine Idee wie ich das einstellen werde und was ich damit anstellen werde allerdings werden wir jetzt erstmal hier oben ein bisschen Cleanstone schmelzen denn wir haben ja so großes weißes Koordinatenbuch bei 480 minus 200 muss ich runter gehen 480 minus 200 in diese Richtung wir lassen das mal so ein ein bisschen neuer Cleanstone kann nie schaden ich kann nicht darüber ok weiß ich nicht weiß ich nicht was machst du da oben ok lol hämmert erstmal gegen meine Tür so ein Bekloppte ach stimmt Gott das Loch beim Eiersee habe ich ja immer noch nicht gepflegt ich trottel damn das muss schnell nachgeholt werden so ab zur Geode und dann schrubb den Pipi vor 480 minus 200 dann müsste ich da runter gehen das war glaube ich in der Mindshaft war das so? keine Ahnung ich weiß es nicht mehr meine Freunde es tut mir leid aber ich denke es sieht schon nicht so schlecht aus vielleicht ist es hier noch so eine Ausbuchtung gewesen das weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig ähm ja aber ich glaube das lassen wir so das sieht gar nicht so verkehrt aus hätte ich jetzt mal gesagt so perfekt so perfekt und äh ja Amnit schmeiß ich mal weg das brauche ich im Moment nicht so das Dirt kann wieder da unten rein hier bitteschön Dankeschön ähm genau Cleanstorm breit das ist wunderbar so jetzt jetzt wird sich die Frage soll ich den Keller breiter machen hier oder ich glaube das mache ich fast schon ein bisschen breiter das ist mir fast ein bisschen zu schmal hier jetzt wird die Frage soll ich hier direkt rein oder eher hier so hm lass mal sehen noch ungefähr 350 Blöcke muss man sehen wie das denn aussieht wenn wir das so machen hier 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 hmmm ja ja sieht ein bisschen geräumiger aus hier unten gefällt mir nicht schlecht gefällt mir nicht schlecht äh wenn es mir dann hoffentlich gelingt wenn es mir dann hoffentlich gelingt das werde ich auch wieder mit Kelp mit Kelp machen müssen ich habe das bislang immer falsch gemacht es waren nie komplette Wassersaucen ich glaube ich nehme unterwegs gerade noch ein bisschen Cleanstorm mit das ist immer eine gute Idee dann könnte man theoretisch mal das wieder so und so und so denn hier unten werde ich einen anderen Boden reinschmeißen und zwar denselben wie hier oben steht es denn um den Cleanstone sieht wieder aus minus 17 ist die Biode dann werde ich jede Menge brauchen also ziemlich tief unten so ist schon wieder Nacht du liebe Zeit hat der Enderman mir hier wirklich einen Dirtblock geklaut oh mein Gott ich glaube es nicht ist ja unfassbar das war halt wirklich der Grasblock den ich vorhin dem Enderman geklaut habe dieser kleine Zigeuner so ohja hey Paris na eins muss ich gerade mal was nachschauen habe ich eigentlich äh oh nein ich habe den Baufehler von damals immer noch nicht behoben das gibt es doch nicht wann kriege ich eigentlich meine Axt ich bin nicht zuhause ja deswegen frage ich ja ah wenn ich wieder daheim bin kriegst du eine Axt ok sonst gehe ich einfach zu dir rüber und schnapp mir drei Essen von dir nein 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 dann halt nicht so habe ich eigentlich noch eine ohja habe ich sehr gut ich werde es nur belasten wenn derselbe Baufehler auf der anderen Seite entstanden ist müsste ich mal schauen einmal hier und einmal hier dann sieht das Ganze doch schon besser aus jawohl sehr gut so äh dann renne ich kurz mal raus ja natürlich ist der selbe Baufehler auch hier nice und ich habe die Geode denke ich gefunden ja da wären wir jetzt komm ich noch dazu ok ihr kennt das Spiel ihr wisst wie es läuft hier ist die Geode in die ich mich damals beim Graben reingegraben habe und nein wie gesagt ihr kennt das Spiel jetzt wird das ganze Ding abgebaut und mit nach Hause genommen und ja wir können Large Amethyst Buds abbauen und die kleinen auch die werden alle mitgenommen bis auf den letzten Krümel so hier mal der Holzblock hingeglitscht ist Aua so 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 das ist sehr gut Steinsäge komm her äh wie viel brauche ich denn lass mich das mal kurz ausrechnen hier das schneid auf mach einfach ein paar Stornbricks so könnte vielleicht sogar schon reichen wenn wir Glück haben sonst nichts können wir nochmal welche schneiden um so 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 Okay, wer jetzt gelauft ist, reicht natürlich nicht, aber das ist ja kein Problem. Dafür haben wir ja unseren Stonecutter, da noch mal ein paar. Okay, wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1x8 und 4 macht 12. Ich bin actually dumm. Kann ich das zurückschneiden? Ja. Nein, kann ich nicht. Toll. Egal. Ich habe genau einen zu viel, natürlich belastend. Aber egal. Was tun wir jetzt nur mit dem einen? Man weiß es nicht. Brauche ich den einen? Nein, zwei actually. Lost MC. Ja. Wo wir schon dabei sind, könnte man gerade noch mehr Clean Stone einschmelzen. Hier so ein bisschen. Da müsste man eventuell noch mal ein bisschen Kohle nachlegen. Sonst wird es ein bisschen knapp. Ja, das schmeißen wir glaube ich mal. Und das Kupfer kann man auch jeden mal einschmelzen. Und dann. Wunderbar skill. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Das ist sogar fertig. Das geht ja schnell mit dem Last Funnel. Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Ja. So. Wir sollten. Alter. Ich hätte gedacht, dass Kohle in der neuesten Minecraft Version so ein Problemmaterial ist quasi. Ist ja fast schon übel. Boah. Es geht. Ich habe Angst zu beschwerden. Ich habe ja 2. Noch habe ich da Kohle, aber. Aber so langsam. Geht es mir dann auch schon wieder aus. So. Und dann werden wir dann auf jeden Fall noch Cleanstone reinböllen. Und als ob wir schon wieder eine halbe Stunde aufnehmen. Die Zeit verliert ja wieder die Flüge. Ist ja brutal. Ist ja sehr brutal. So. Cleanstone schnappe ich mir mal. Das machen wir hier runter. Und dann kleiden wir hier den Rest noch aus. Wunderbar. Das sieht doch gar nicht mal verkehrt aus. Die Kelleretage. Hier kommt dann wie schon erwähnt ein spezieller Raum rein. Hier wird der Keller nach unten oder nach nebenan wahrscheinlich nochmal erweitert. Früher oder später. Und hier kommt auch noch was spezielles Tolles rein, wenn es mir denn gelingt. Aber das dann zu gegebener Zeit mehr. Oder so in der Art. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde. würde ich mich für diese Folge leider schon wieder verabschieden. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr natürlich auf jeden Fall Bescheid. Könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen. Vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren. und die Glocke zu aktivieren. Denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Ihr könnt die Videos natürlich auch gerne mit euren Freunden teilen, wenn ihr das denn so toll empfunden habt. Und natürlich könnt ihr mir auch auf meinem Instagram-Account zu dem YouTube-Gaming-Kanal folgen. Sucht einfach nach Skystormer23 und ihr werdet mich bestimmt finden. Und vergesst auch nicht bei unten VoidX so beizuschauen. Der ist natürlich in der Infocard am Video-Ende und in der Kanalbeschreibung verlinkt. Äh, in der Videobeschreibung natürlich. Und... Ja, lasst doch unbedingt ein Abo da. Ich würde mich enorm freuen, wenn wir noch dieses Jahr die 1000 Abonnenten knacken würden. Genau. Da hat der YouTube vollkommen recht. Yo. Und dann... Und wenn das so ist, bedanke ich mich gerade nochmal fürs Zuschauen. Und dann sieht man sich wohl in der nächsten Folge wieder. Ja. Zweiundzwanzigsten Folge wieder. Genau. Bis dahin noch einen schönen Tag Leute. Und tschau. Schöpflöpflöpflöp!